Fitness, Entspannung, Therapien und Ernährung, das waren die Themen, die beim PT Impuls Gesundheitstag in Reutlingen auf dem Programm standen. Die Besucher konnten sich nicht nur in Vorträgen, sondern auch beim Ausprobieren in Minikursen und Trainingseinheiten sowie am Vitalbuffet informieren. Die Menschen stehen in ihrem Alltag heutzutage oft großem Stress und beruflichen Anforderungen gegenüber, die negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben können. Veranstaltet wird der Gesundheitstag vom Gesundheitsforum Eningen und dem Fitnessclub PT Reutlingen.